und der Vergasung durch Menschen, durch den Autoverkehr. Das meinen Sie nicht, da sind Sie falsch zitiert worden, das ist aber ein echtes Zitat. Dagegen sind Sie nie vorgegangen. Also das wäre so ein Punkt, wo ich sage, ich weiß nicht, wie Sie sonst sind, weil ich Sie nicht kenne. Aber das wäre ein Punkt, würde ich bei Ihnen als Student in dem Seminar sitzen, hätten wir eine sehr lautstarke Auseinandersetzung, bis ich klar habe, ob Sie das dahin gesagt haben, gar nicht gesagt haben oder ob Sie das vielleicht so meinen. So würde ich vorgehen. Außer bei Nazis, da gehe ich gar nicht vor. Ich könnte, es ist ein Detail, ich könnte das aufklären. Würde mich sehr interessieren. Wenn Sie das interessiert, sehr, sehr gerne. Vor vielen, vielen Jahren. Also gerade sozusagen auch bei dieser beginnenden Umweltdebatte einmal darüber nachgedacht, wie dieses offensichtlich unglaublich libidöse Verhältnis von deutschen Menschen zu ihren Autos zu erklären ist. Ich meine, es ist Deutschland das einzige Land mit der Erde, das noch immer keine Geschwindigkeitsbeschränkung hat. Und ich habe nur eine Überlegung angestellt. Eine Überlegung angestellt, natürlich auch die ganze Geschichte von Volkswagen und Autobahnbau reicht ja zurück in die Nazi-Zeit. Und ich habe nur eine Überlegung angestellt, dass vielleicht, vielleicht sozusagen der Begriff des Vergasers mit Vergasen mehr zu tun hat, als es manchen lieb sein mag. Aber Sie würden nicht sagen, dass VW industriellen Massenmorphs begeht? Das war jetzt nicht vergleichbar. Natürlich nicht. Gut, dann sollten Sie das mal widerlegen. Aber so ist es auch zitiert. Aber so könnte man streiten, oder? Natürlich. Aber das Interessante ist, dass wenn man das so zitiert, dass sozusagen eine sprachliche Assonanz hervorgehoben wird, wird das sofort interpretiert als Einsätze oder irgendwas. Nee, nee, aber ich glaube, Sie sollten jetzt nicht Opfer spielen. Sie sollten da aktiv was. Sie sollten da aktiv was. Wir werden sehr zielfalt. Entschuldigung, ich muss ein bisschen drauf achten. Wir kennen Sie das im Detail nicht gern. Der Herr Betzener hat Sie vorher gemeldet und dann kommt der Herr Barbarowski, bitte. Genau. Zwei Punkte. Erster Punkt zum Herrn Professor Höbelt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Sie haben eingangs gesagt, dass es von Herrn Höbelt rechtsextremistische Aussagen gibt, die dokumentiert sind, auf Profil verwiesen, unter anderem Goebbels positiv bezeichnet. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das sowohl disziplinäre Konsequenzen an der Universität haben muss, als auch strafrechtliche. Wenn es bewiesen ist, das wissen wir alles nicht. Aber da sind wir uns, glaube ich, einig, dass sowas nicht geht. Alles andere, was Sie an Höbelt kritisieren, teile ich nicht. Wenn das stimmt, was Sie mit den Zitaten gesagt haben, verurteile ich das ausdrücklich, möchte ich erwähnen. Das ist ein erster Punkt. Zweiter Punkt, den ich noch kurz erwähnen will, ist, und fortsetzend an das, was ich gesagt habe, dass eben versucht wird durch Tabuisierung etc. Einfach den Diskurs und wann, wenn nicht die Universität historisch gesehen, ist der Ort der Auseinandersetzung der These, der Antithese des Diskurses, des Beweises, des Gegenbeweises. Ich erinnere ans Jahr 1837 ganz kurz, 1837 Königreich Hannover, sieben Professoren, zwei darunter waren übrigens die Gebrüder Grimm, die in allem ein Begriff sein werden, haben sich gegen den Staat aufgelehnt und sich für die Beibehaltung der libertären, unabhängigen Verfassung eingesetzt. Und sind dafür auch des Landes verwiesen worden. Das ist für mich Universität, das ist die Bildungselite des Landes. Wenn nicht Diskurs möglich ist, wenn nicht Auseinandersetzung und akademischer Streit dort möglich ist, wo dann? Dann enden wir, Schlusssatz, in einer Gesellschaft, die sich in ihre Echokammern zurückzieht, in eine wahnsinnige politische Polarisierung, wo dann Leute wie Trump oder andere Präsidenten werden. Also die Behauptung, dass ich pro Stasi gewesen wäre, obwohl ich in die DDR nie einreisen durfte, bis die Mauer fiel. Soll ich Ihnen das Foto zeigen? Ich kenne das Foto von der Nie-Wieder-Deutschland-Demonstration und das hatte nichts mit Stasi zu tun, sondern mit der Sorge, dass der Mauerfall und die sogenannte Wiedervereinigung, dass die Wiedervereinigung dazu führen würde, dass Deutschland in politisch-strategischer Hinsicht sozusagen großmächtige Vorstellungen haben würde. Es bezog sich auf West wie Ost, auf den Zustand des Zusammenwachsens dieses früher so großen Reichs. Ich war ganz froh, dass es kleiner war und hätte es gut gefunden, wenn die DDR eine eigenständige demokratische Entwicklung hätte haben können. Dafür haben wir demonstriert. Aber dann sind wir uns darüber einig. Wir sind uns über nichts einig. Weil Sie lügen ja nur. Das ist der Punkt, die lasst mich nicht mal aussehen. Nein, ich bin mit Ihnen nicht. Können wir uns darüber einig sein, dass nach dem Jahr 1990, jetzt sagen wir das Jahr 2090, dass Sie sich fundamental geirrt haben, Sie haben sich fundamental geirrt. Das ist die Wahrheit. Gut, Exkurs DDR. Herr Bavrovski wollte nur endlich zu dem Thema zu kommen. Ich hoffe, dass ich mal fünf Minuten zu Wort kommen darf. Also mir gefällt dieses Gespräch gar nicht. Ich will Ihnen auch sagen, warum mir das nicht gefällt. Wir haben uns zu Anfang doch vorgenommen, über die Streitkultur zu sprechen, warum die eigentlich nicht mehr so ist, wie wir sie eigentlich sind. Aber dazu haben wir doch einiges demonstriert. Ja, wir haben es aber leider nur demonstriert. Und ich hätte mir gewünscht, wir hätten einander zugehört und Argumente über das Thema ausgetauscht. Das lautet, was kann man heute noch sagen, warum hat sich die Streitkultur so entwickelt, wie sie ist. Das bedauere ich sehr. Und das ist symptomatisch für die Situation, in der wir uns in Deutschland, vielleicht auch in Österreich, das kann ich nicht beurteilen, befinden, dass wir einander nicht mehr zuhören. Anderen sagen, mit Ihnen rede ich nicht. Sie sind ein Nazi. Die Inflation des Nazi-Begriffs. Es gibt eine unglaublich große Nachfrage nach Nazis, aber es gibt nicht genug. Also muss man sozusagen den Begriff ausweiten. Der wird inflationär benutzt, aber er ist eine Beleidigung, eine Stigmatisierung. Und wer mit diesem Begriff tituliert wird, muss damit herumlaufen. Wir müssen daran denken, dass Menschen, die im Internet stigmatisiert werden, Millionen von Menschen lesen das, da kriegt jemand ein Etikett aufgeklebt. Nicht der Herr Höbelt ist problematisch, sondern seine Thesen können problematisch sein. Darum muss es gehen. Nicht einen Menschen stigmatisieren, sondern die Studenten gehen in die Vorlesung, melden sich und sagen, Sie hören Sie mal das, was Sie da geschrieben haben. Damit bin ich nicht einverstanden. Das geht so nicht. Begründen Sie das mal und belegen Sie das mal, dass das, was Sie da gerade gesagt haben, plausibel ist. Damit gewinnen Sie viel mehr, als wenn Sie mit einem Plakat oder einer Fahne in den Hörsaal gehen und sagen, der muss raus. Warum beleidigen Sie dann Studenten? Augenblick, lassen Sie mich doch einfach, lassen Sie mich jetzt, ich beleidige überhaupt niemanden, lassen Sie mich jetzt einfach mal zu Ende reden. Es gibt sehr viele gute Gründe, warum an einer demokratischen, liberalen, offenen Gesellschaft das Strafgesetz der Maßstab dafür ist, wo die Grenzen liegen. Warum ist das so? Wäre es anders, wenn Sie, ich, Sie oder Sie entscheiden dürften, wann die Grenze erreicht ist, dann würden sich sozusagen diejenigen, die am lautesten schreien und die größten Machtmittel haben, entscheiden, wo die Grenzen liegen. Das können wir aber nicht machen. Und Herr Fleischhacker hat es ja gerade, hat ja gerade Sie gefragt, ob Sie sich vielleicht vorstellen könnten, wie das wäre, dass plötzlich jemand aus der anderen Richtung die Machtmittel in der Hand hätte, Ihre Seminare zu stören, Ihnen zu sagen, ich fühle, ich fühle, ja, Entschuldigung, ich rede jetzt auf einer ganz abstrakten Ebene über dieses Problem. Ich rede darüber, nein, aber es könnte doch jemand sein, der ist konservativ. Antisemitische Beleidigungen haben einen so großen Raum in beiden Ländern. Ich sage doch jetzt mal, darum geht es doch hier überhaupt gar nicht. Doch, ich sage, darum geht es hier. Sie verstehen überhaupt nichts von diesem Problem. Dann reden wir über Ihre Thesen, dass Stalin schlimmer als Hitler sei. Ich rede jetzt, dummes Zeug ist das, was Sie reden, das habe ich nie gesagt. Erklären Sie mir diese Thesen. Das ist dummes Zeug, das können Sie alles lesen. In Diskussionen schreiben Sie das. Nein, Quatsch, Schluss aus, mit so einem Quatsch rede ich hier überhaupt nicht. Also Stalin ist nicht schlimmer als Hitler. Es geht überhaupt nicht um Schlimmer. Aber können wir bitte mit der Frage bleiben? Es geht hier um uns an. Ja, aber er will es immer konkret und dann doch nicht. Entschuldigung, es geht einfach um das Problem, dass wir uns klar machen, dass wir selbst nicht entscheiden können, darüber entscheiden können, was für alle anderen richtig und falsch ist. Das ist durch Strafgesetz geregelt, was verboten ist. Und wir können uns nicht selbst ermächtigen, anderen vorzuschreiben, wann die Grenze erreicht ist. Weil wir müssen uns immer in die Lage versetzen, dass auch andere das mit uns machen können. Und das würden wir nicht wollen. Und das ist doch gar nicht der Punkt. Und in der Universität, in der Universität. Wenn nur Strafrecht geht, sind Juden in Deutschland gesellschaftlich komplett ungeschützt, weil das alles in dem gesellschaftlichen Raum vor Strafrecht stattfindet. Wir reden gerade über das Thema, wie in einer Universität ein Diskurs stattfindet. Ja, und wenn er über Antisemitismus ist, was ist dann? Die Universität ist der Ort in Deutschland und in Österreich, an dem es am wenigsten Antisemiten, Nazis und Rassisten gibt. Natürlich gibt es sie überall, aber das ist der Ort, an dem sie am wenigsten vorkommen. Nennen Sie mir bitte einen Professor, der ein Holocaust-Leugner, ein Rassist oder ein Antisemit wäre. Mir ist keiner bekannt. Nur wenn Sie bei der Frage bleiben, das ist genau die Frage, wer kann die Grenzen ziehen und ist es so, das kommt ja auch bei dem, was Sie sagen, raus, wenn sich jemand beleidigt fühlt, ist das die Grenze. Oder muss es andere Grenzen geben? Wenn jemand Schaden zugefügt wird, und das ist durch das Strafgesetz definiert, wann jemand Schaden zugefügt wird, dann ist Schluss. Sie dürfen den Holocaust nicht leugnen. Sie können niemanden rassistisch beleidigen. Das ist aber im Strafgesetz geregelt. Das liegt nicht in meiner Hand, das zu entscheiden. Wann diese Grenze reicht. Sie leben jedenfalls in der sozialen Realität offensichtlich. Nein, ich lebe im Grundgesetz und im Recht darin lebe. Natürlich können, aber Sie haben vorher gemeint, dass Sie gesagt haben, Sie können... Ich glaube, dass wir zwei widersprüchliche Phänomene erleben. Wir erleben auf der einen Seite eine Erstickung und Zerstörung des normalen, gepflegten Diskurses miteinander. Das hat auch diese Runde gezeigt. Wir sehen das an den Universitäten. Wir erleben aber zugleich eine Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Die kenne ich aus eigener Erfahrung, die die Grenzen der Meinungsfreiheit und des Zulässigen und Sagbaren immer, immer weiter steckt. Da komme ich auch auf Sie zurück. Ich wurde wegen vielen Kampagnen angezeigt, wegen Verhetzung, wegen Wiederbetätigung. Ich weiß nicht, was alles. Ich wurde in sämtlichen Fällen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wir haben bis ganz hinauf prozessiert, jedes Mal freigesprochen worden, weil der Europäische Menschenrechtsgericht so festgestellt hat, dass das im Rahmen des Diskurses und des öffentlichen Meinungsaustausches zulässig sein muss in einer Demokratie und sagbar sein muss und alles andere Zensur ist und ein neuer metanischer Verfolgsstaat ist. Das heißt, Herr Betzner, Sie teilen die Ansicht, dass das Strafrecht diese Grenze sein muss. Herr Lissmann, Sie wollten da was sagen. Genau. Das, was auch der Herr Professor gesagt hat. Das Strafrecht und Medienrecht regelt genau, was zulässig ist und was nicht. Gut. Und zu sagen, was der Höbel gesagt hat, wird strafrechtlich verfolgt. Und das ist genau, das Gesetz gibt den Rahmen vor. Genau. Es gibt ja gar keine Spielräume. Nein, es gibt keine, natürlich gibt es Spielräume und es gibt vor allem auch Grauzonen. Natürlich. Und es geht sehr wohl in diesen Grauzonen. Das weiß ich sozusagen auch aus dieser eigenen Erfahrung aus den 68 und folgenden Jahren. Es geht natürlich darum, was man sozusagen jetzt in diesen Grauzonen bei der Frage, wer dominiert, welche Diskurse, wie man hier seine Machtansprüche formuliert und wie man seine Machtansprüche durchsetzt. Und ich finde gerade diese Frage der Redefreiheit und jemandem das Wort zu entziehen, das ist ja der Inbegriff von Macht, besteht doch darin, wenn ich jemandem sagen kann, du hast nichts mehr zu sagen, du hast jetzt zu schweigen. Und du darfst nicht mehr reden. Deshalb ist das natürlich immer wieder auch so reizvoll, genau dieses Spiel zu spielen, in welchem Rahmen auch immer. Und jetzt würde ich schon mal auch sagen, dass im akademischen Rahmen, und ich will mich wirklich darauf beschränken, weil ich glaube, die Diskurse in sozialen Medien und anderen öffentlichen Räumen haben einen anderen Charakter. Aber im akademischen Rahmen kann das, was Sie gesagt haben, nämlich das eigene Gefühl, da sozusagen jetzt gestört zu sein oder beleidigt zu sein oder negativ berührt zu sein, das ist zwar ein wichtiges Moment, aber es kann nicht das entscheidende Kriterium sein. Und zwar aus einem prinzipuellen Grund, nämlich es kann auch sein. Und jeder, der sich vielleicht wirklich mal schon mit Wissenschaft intensiv beschäftigt hat, kennt diese Erfahrung. Es kann nämlich sein, dass tatsächlich Erkenntnis wehtut. Dass Erkenntnis wehtut. Und das heißt also, ich kann nicht sicher sein, dass wenn jemand etwas sagt, was mir zutiefst gegen den Strich geht, dass da nicht doch etwas Richtiges drinnen ist. Es gibt also einer der Texte, die für mich in dem Zusammenhang ganz wichtig sind. Das ist von John Stuart Mill on Liberty, über die Freiheit. Und da sagt, er hat einen ganz, ganz radikalen Begriff von Meinungsfreiheit. Und da sagt er, es gibt im Grunde nur zwei Voraussetzungen, unter denen man den Eindruck haben kann, man hat das Recht, jemandem das Wort zu verbieten. Die eine Voraussetzung ist, es könnte sein, dass der Recht hat, aber ich will das nicht hören. Angst vor der Wahrheit. Die andere Voraussetzung ist, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der nie und nie mehr Recht haben kann. Das ist Unfehlbarkeitsanspruch. Also entweder haben wir Angst vor der Wahrheit oder wir halten uns vor unfehlbar. Sie meinen, Antisemitismus lässt sich nicht beurteilen, das muss immer wieder neu erlebt werden? Schauen Sie, was Sie sagen, ist so eine bürgerliche Haltung, die vollkommen losgelöst ist von Geschichte, von Ökonomie und von Herrschaftsverhältnissen. Das ist die Haltung, dass sich eine schwarze Studentin in einer Vorlesung von abfälligen Bemerkungen über die Nichtkultur der afrikanischen Menschen, immer ein großes Land, dieses ganze Afrika besteht ja nur aus einem großen Komplex, gekränkt fühlt. Und der Professor oder der Freund des Professors das nicht sehen will, weil er keinen Zugang zu dieser Ebene von Diskriminierung hat und schon gar nicht reflektiert. Da kann man ihn durchaus darauf aufmerksam machen. Ich weiß nicht, Sie haben die ganzen Diskussionen an der Universität nicht mitgekriegt. Oh ja, ich arbeite an einer Universität. Ja, aber was passiert das? Sind Sie in der Wiener oder wo Sie sind? Ja, an der Wiener Universität. Okay, und da passiert das alles angeblich nicht? Da höre ich anderes. Von denjenigen, die als Universität sind oder sozusagen nicht weiße Hautfarbe haben. Ich weiß aus Deutschland, dass das sozusagen eine breite Diskussion ist. Und das ist selbstverständlich, ich lehre da ab und zu, selbstverständlich sozusagen große Probleme schafft, dass man oft ein Verhältnis hat von gut, das ist gar nichts gegen zu sagen, gut situierten, älteren Dozenten, die überhaupt nicht wissen, was Menschen, die schwarze Hautfarbe haben in Deutschland, sieben Tage lang, 24 Stunden am Tag sozusagen an Missachtung, die fast nie strafrechtlich revant ist, aber verstanden wird als das, was sie ist, nämlich die Herabwürdigung. Und dann höre ich Leute, die an Universitäten Hannah Arendt preisen. Die hat viel Gutes geschrieben, aber das Hauptwerk, im Hauptwerk steht drin, Menschen aus Afrika haben keine Kultur, sind nicht mal zur Sprache fähig und es ist ganz klar, dass man die fast wie die Tiere betrachten muss. Wo steht das? Lesen Sie das Hauptwerk von ihr, Herr Schaf. Bitte, ich habe das jetzt dreimal gelesen, weil ich das immer... Was meinen Sie jetzt? Futter Literismus, das Hauptwerk. Ich kann es Ihnen nachher gern mit dem entsprechenden... Ja, ja, Elementor, 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 Herr Schaf. Und das ist nicht das einzige Buch, in dem Sie das tut. Und sie bezieht sich da auf Kant und Hegel, auf die sie sich ja auch bezieht. Und da werden Sie das finden, dass der europäische Welt... Das eine ist die Aufklärung, das andere ist die Ambivalenz der Aufklärung. Ja, natürlich, ja. Die Ambivalenz der Aufklärung, die dem Kolonismus die Ideologie liefert, Menschen abzuwerten, deren Länder man plündern will. Mit Sklaverei, mit Ressourcen und so weiter. Nein, das ist der Hintergrund, das sind 500 Jahre. Eine Diskussion, die an den Universitäten geführt werden müsste, dafür wären die der richtige Ort. Aber sie wird nicht geführt. Und deswegen prallt es zum Teil hilflos. Und jetzt möchte ich die Frage... Nein, ich möchte diese Frage jetzt weiter. Wenn Sie sagen, das ist alles naiv und weltfremd, wenn man sagt, die Grenze ist das Strafrecht, wo ziehen Sie denn dann die Grenze? Das muss man... Also, es gibt eine Grenze, die ist ganz klar. Meinetwegen Strafrecht. Aber Antisemitismus wird oft überhaupt nicht strafrechtlich richtig bewertet. Rassismus ist in der Entwicklung überhaupt wahrgenommen zu werden. Es heißt... Antisemitismus wird strafrechtlich ernst verfolgen. Hören Sie mal auf mit dem Plappern. Aber der Gesellschaft, der Diskussionsprozess... Aber Sie reden falsche Sachen. Es stimmt einfach nicht, was Sie sagen. ...verändert ja immer wieder auch die Rechtsprechung. Und wir sind mitten in dem Prozess, wo es darum geht, dürfen morgen noch Antisemiten, Antisemiten genannt zu werden. Es ist auszuhandeln, was das ist. Es gibt es aber auch in der Linken. Und das ist ein großer Streit, den ich teilweise führe. Und wie wird Rassismus betrachtet? Wie nimmt man wahr, wer Rassismus beleidigt wird? Und entscheidet, dass der, den es nie trifft, weil er weiß ist, gut situiert, bürgerlich sich in der Welt hier bewegt? Oder werden die anders und stärker gehört als bisher, die das ständig abkriegen? Aber alter, weiße Mann darf man schon sagen. Und das sind feine, subtile Sachen. Die haben mit Strafrecht überhaupt nichts zu tun. Naja, also das ist doch schon ein gutes Beispiel dafür, wie zum Beispiel die Hermeneutik ins Spiel kommt kann in einem Seminar. Jetzt sieht man, das Beispiel, das Sie jetzt gerade erwähnt haben, da versteht einer gar nicht, wie ein Mensch, der aus Afrika kommt, der das empfindet, was Sie gerade beschrieben haben, der versteht das überhaupt nicht. Und jetzt müsste ja die Aufgabe sein... Ich würde eher sagen, Sie verstehen den vielleicht nicht. Ja, lassen Sie mich doch einfach mal reden. Gerne. Jetzt müsste doch die Aufgabe sein, herauszufinden, woran das denn liegen könnte. Ist das bösartiger Absicht? Ist derjenige verblendet? Liegt es vielleicht daran, dass er sich in die Erfahrung der anderen nicht hineinversetzen kann? Es ist auch ein klassisches hermeneutisches Problem des Fremdverstehens und des Eigenverstehens, dass man nicht genau weiß, warum ist diese Barriere da? Warum versteht der andere das nicht, wie der eine sich fühlt? Und das ist genau die Aufgabe. Wäre die Aufgabe eines Historikers, eines Ethnologen, eines Philosophen in einem Seminar, dieses Problem aufzuwerfen und es dann in einem Gespräch und Dialog aufzufächern, um klarzumachen, in welcher Perspektive der andere steht. Und dazu ist aber erforderlich, dass sich beide Seiten ganz kurz vergegenwärtigen, wo ist denn der Standort von dem anderen, damit man das versteht. Wenn man an sich nur anbrüllt, kommt man keinen Schritt weiter. Dann ist der eine beleidigt und der andere. Aber das, was Sie gerade gesagt haben, das bestreite ich ja gar nicht, dass es das gibt. Aber das gibt gerade die Chance, in einer Universität genau auf diese hermeneutische Weise miteinander umzugehen. Und das führt zur Entwicklung einer Gesprächskultur. Das ist das, was ich heute Abend auch vermisst habe. Das finde ich wichtig, dass wir das hinkriegen, dass wir das wieder lernen, dass beide Seiten versuchen, wie Garda mal sagt, anzunehmen, dass der andere auch Recht haben könnte. Er könnte vielleicht auch Recht haben, vielleicht habe ich es nicht verstanden, was der andere gemeint hat. Machen Sie das mal in Berlin. Das mache ich tagtäglich in meinen Seminaren. Und wenn ich das vielleicht noch mal kurz, weil das vorhin im Vorspann hier erwähnt wurde, es gibt keine Studenten, die mit meinen Veranstaltungen ein Problem hätten. Es gibt ein paar Leute, die ein bisschen Ärger machen. Die Seminare sind ganz wunderbar, sind von Toleranz und Liberalität und Offenheit geprägt. Und das ist, um das noch mal zu sagen, darüber wir hier reden, ist ein Minderheitenphänomen. Die meisten Studenten und die meisten Professoren sind liberale, offene, weltoffene Menschen, die imstande sind, Argumente auszutauschen. Das ist die Realität. Wir sollten nicht so tun, als seien die Universitäten Kampfzonen, in denen Leute sich bekämpfen. Das ist nicht die Realität. Das ist nicht die Wahrheit. Das heißt, man muss Ihrer Meinung nach Minderheiten einfach ausschließen. Und wenn es Minderheiten sind, dann soll man halt nicht über die Ziele gehen. Das ist ja quasi dieser ganze Diskurs, der quasi jetzt gerade, der auch hier stattfindet, ist ja quasi beitgetreten worden durch Studierende, die sich quasi auseinandergesetzt haben. Nur durch die Studierenden, ich möchte doch hinweisen, dass man nicht Studenten sagt, sondern entweder Studenten oder Studentinnen, aber Studierende bitte, dass dieser Diskurs ja nun stattgefunden hat, weil sich die Studierenden kritisch in diesen Diskurs einbinden wollten. Den gab es ja vorher gar nicht. Einerseits bei dem Fall von Ali Schwarzer, das war einfach nur, Ali Schwarzer ist eingeladen, sie diskutiert gar nicht. Das ist quasi wie ein Vortrag gewesen, sie soll, wird ihre Meinung kundtun. Das war dann ein Punkt mit, wie auch im Statement von der HUFAG, von der dortigen Studierendenvertretung, die gesagt hat, man möchte, die Universität möge sich positionieren. Also das ist sowas wie irgendwie Meinungen verbieten, hat das ja gar nichts damit zu tun. Also immer dieser Vorwurf, man würde Meinungen verbieten. Und dann bei den Herren Höbel ist es eine ganz andere Sache. Das muss man doch klarstellen. Weil vorher irgendwo ein Punkt angemerkt wurde, warum man nicht vorher diskutiert, warum Studierenden da nicht auf ihn zugehen. Das ist ja nicht erst gestern ausgekommen, dass man hergekommen ist, sich den Herrn Höbel ausgepickt hat und sagt, jetzt geh mal da raus und geh mal protestieren. Das ist ja schon ein, wie schon gesagt, ein strukturelles Problem. Das ist schon bekannt, dass Herr Höbel problematisch ist und solche Aussagen schon immer wieder getätigt hat. Und dass die Universität hier nichts getan hat, obwohl die Hochschulvertretung, die dortige auf der Uni Wien, sich dazu schon geäußert hat, mit dem Rektorat in Verbindung gesetzt hat und auch damals immer wieder darauf hingewiesen hat. Und auch Studierende bei den Studierendenvertretungen immer ihre Sorgen kundgetan hat. Und das ist ja schon im Vorfeld passiert. Und wenn man da auf taube Ohren stößt, dann muss man nach draußen gehen und protestieren und etwas lauter sein. Dann muss man laut seine Meinung kundtun, weil die eigene Stimme nicht gehört wird. Und dafür ist die österreichische Hochschülerinnenschaft auch da, dass wir für die Studierenden eine Stimme nach außen sind. Für diejenigen, die nicht gehört werden. Quasi die ausgegrenzt werden, die diskriminiert werden. Und dass wir inzwischen nicht gehört werden und seine Anliegen, egal wie gut sie begründet sind, durchsetzen können, ist ja ein Unterschied. Natürlich sind die gehört worden. Das Rektorat in Wien hört die natürlich. Inwiefern wurden sie gehört? Aber die Argumente waren offensichtlich nicht stichhaltig genug. Und das, was akademische Lehrfreiheit heißt, war eben offensichtlich für die Universität Wien entscheidendere Argumente. Und das andere, ich wollte schon etwas klarstellen, ich habe jetzt wirklich wenig Gründe, die alles schwarzer zu verteidigen. Aber was diesen einen Fall an der Universität für angewandte Kunst betrifft, sie ist eingeladen worden, im Rahmen einer Lehrveranstaltung einen Vortrag zu halten. Das war keine Universitätsveranstaltung. Und es ist doch absurd zu fordern, wenn ich im Rahmen einer Lehrveranstaltung zu einem speziellen Thema, sie sollte ja sozusagen ein ganz spezielles Thema, für das sie aufgrund ihrer Lebensgeschichte Erfahrungen einbringen konnte, sollte sie sprechen. Wenn ich da jetzt fordere, zu jenen, wo ich einen Vortrag einlade, dann alle anderen Positionen auch, machen sie das umgekehrt auch? Machen sie das umgekehrt, wenn sie sozusagen jemanden von der linken Seite einladen, Nein, sie wollte ja noch nicht mal diskutieren, es sollte nicht diskutiert werden. Das war ein kritischer Punkt. Und den sie nicht auch. Sie versuchen Diskussionen zu verhindern, dass es sich vor allem an die Einladungspolitik der Universität ist. Ich darf da denn verstorben. Und die Schüler dürfen auch fordern. Als österreichische Hochschülerinnenschaft und die lokalen Hochschulvertretungen haben wir, es ist unsere Aufgabe, diese Probleme, diese Lehrerstellen, also quasi aufzuzeigen und da zu fordern. Das ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, ja, nehm es dann die Person und nehm es dann die Person. Sondern es ist in der Organisation der Universität, die das quasi zu organisieren hat, zu sagen hat, wir nehmen Ali Schwarzer. Das ist auch schön und gut, da kann man sagen, wir nehmen Ali Schwarzer, aber man kann ja... Natürlich können sie fordern und können Ideen machen. Natürlich, aber es wurde auch gefordert. Wir sind froh, wir sind froh, wenn unsere Studenten, ich sage wirklich Studenten, weil... Aber es ist auch ein Anspruch der Universität, einen breiteren Diskurs zu fordern. Man soll ja nicht immer darauf warten, bis die Studierenden laut sind und sagen, wir wollen einen breiteren Diskurs und die Universität dann sagt, na okay, dann gut, da machen wir das. Also gerade die Universitätsangewahlte Kunst ist nicht gerade berühmt dafür, dass sie da sehr eng diskutiert. Also wenn es eine Universität gibt, die tatsächlich sowohl ästhetisch, als auch politisch breite Diskurse fördert und anbietet, dann ist es die Universität für Angewandte Kunst. Also sie verzeichnen, sie zeichnen hier Bielstark, akademische Realität. Das ist vollkommen schien. Das ist wichtig, dass man sagt, dass man auch hier Kritik auch ausüben darf. Ja, können sie ja. Ja, aber warum wird das dann so quasi nach oben so hochgespielt, als wären wir überempfindlich, weil wir... Also das ist, ich verstehe das, also es ist irritierend. Ich darf da ein sehr Bewegendes anschließend an den Herrn Nisman und ich glaube, das sagt sie aus. Ich kann das auch offensichtlich damit tun, vielleicht nur ein Satz, weil ich habe das selber nicht ganz verstanden. Wenn das so ist, wie Sie es schildern, warum ist es in der Öffentlichkeit dann so gespielt worden, als ginge es darum, Frau Schwarz an ihrem Vortrag zu hindern? Niemand hat Frau Schwarz an ihrem Vortrag gehindert. Ja, dann ist das falsch kolportiert worden. Dann ist alles in Ordnung. Das Statement steht ja ganz genau da, dass man sich, dass man einen breiteren Diskurs gewünscht hat, eine Solidarität für den Studierenden und dass man, dass sich die Universität positioniert, nirgendwo stand, dass Alice Schwarzer... Warum hat dann der Rechtsstaat nicht gewünscht gefühlt, das heißt schon lange nicht, dass niemand aus der Veranstaltung ausgeladen wird. Ich kann es nämlich kurz ausreden. Das ist, wenn man Kritik an einer Veranstaltung ausübt, wenn man sagt, wir möchten doch gerne einen breiteren Diskurs, heißt das schon lange nicht, dass man sagt, wir möchten Alice Schwarzer ausladen. Das ist ja... Und der Rektor hat dann festgestellt, sie wird doch nicht ausgeladen, obwohl es gar nie gefordert wurde, dass sie ausgeladen wird. Selbstverständlich. Wirklich selbstverständlich. Also ich weiß ja nicht, wie, was Sie, wo Sie diese Einladung, wo Sie das gelesen haben, dass da ausgeladen werden soll. Wir haben dieses Statement, das ist da klar diskutiert, auch wir so österreichische Hochschülerinnen schafft. Ich muss das, glaube ich, immer wieder wiederholen, dass es uns wichtig, dass es einen breiteren Diskurs gibt, einen inklusiveren Diskurs gibt, vor allem bei dieser Thematik, um das Thema Feminismus. Und dann ist es uns wichtig, dass man auch, dass die Forschung sich weiterentwickelt hat in diesem Bereich. Es ist wichtig, dass wir verschiedene Theorien oder verschiedene Zugänge auch präsentieren den Studierenden und nicht immer nur eine Meinung aufzeigen. Aber das ist... Wenn darf da wirklich... Wenn darf da wirklich... Wenn darf da... Also das ist, also wenn... Ich sage ja, jemand spricht der Frau Schwarzer ihre Errungenschaft in den 70 Jahren ab. Aber Sie hätten gerne ein anderes Wort. Das ist bei einem breiteren Diskursstaat. Ich möchte den... Und wenn man das abtut mit, das wäre das, als würde man jemandem die Meinung absprechen oder mundtot machen, dann finde ich das... Aber Sie glauben, dass... Ich möchte zwei kurze, Herr Professor, zwei kurze aus dem praktischen Leben Beispiele bringen. Das erste, Universität Wien, weil Sie sagen, wir sind eine Nazi-Familie. Mein Bruder ist mit einer Frau verheiratet aus Südafrika. Dunkelhäutig, kein Problem für die Familie. Sie gehört zu uns und wir sind stolz auf Sie. Und sie hat in Wien studiert und hat gesagt, ich wurde kein einziges Mal wegen meiner Hautfarbe oder sonst irgendwas diskriminiert oder angefeindet, sondern willkommen geheißen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Der verstorbene Professor Hödl, Rektor der Universität Klagenfurt, von dem ich heute noch den Hut ziehe, wir haben eine Diskussionsveranstaltung mit Jörg Haider an der Universität geplant. Da gab es Proteste auch genau von Ihrem Lager. Wissen Sie, was der Professor Hödl... Mein Lager. Ja, das linke Lager. Was der Herr Professor Hödl gesagt... Darf ich jetzt einmal ausreden? Wissen Sie, was der Herr Professor... Ich brauche keine Anschuldigung, ja. Was der Herr Professor Hödl... Können Sie mal zuhören? Ich habe zugehört, habe ich schon. Der Herr Professor Hödl hat gesagt, wer, wenn nicht wir an der Universität, haben die Pflicht, auch andere Meinungen und andere Positionen zu Wort kommen zu lassen. Ich teile die Meinungen des Landeshauptmannes Haider überhaupt nicht. Aber selbstverständlich wird die Veranstaltung stattfinden, weil es unsere Pflicht ist, als Universität den Diskurs und gegenseitige Meinungen zuzulassen. Und das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Wir sind ganz am Schluss, Herr Barbarowski, nur noch, weil Sie ja sehr betroffen waren auch von Aktionen. Und der Herr Wiesmann gemeint hat, das sind jetzt ein paar Einzelfälle. Denken Sie, dass das Einzelfälle sind? Oder merken Sie dort, wo Sie tätig sind, in der Uni, dass das irgendwie stärker wird? Ich bin gar nicht betroffen. Es gibt eine internetbasierte Kampagne. An der Universität läuft alles ganz normal. Deshalb sprach ich davon, es sind Minderheitenphänomene. Also die Krawalle, die Unruhen, die auch mal vorkommen. Das ist ja in der Universität eben so, dass es das auch gibt. Aber das ist kein Trend. Das ist nicht vergleichbar mit der Situation von 68, als Lehrveranstaltungen gesprengt wurden, Professoren gejagt wurden. Das gibt es ja alles gar nicht mehr. Die Universität ist mehr oder weniger ein Raum des offenen Gesprächs mit toleranten, offenen, liberalen Studenten. Das ist meine Erfahrung. Und es ist einfach falsch, wenn in der Öffentlichkeit behauptet wird, das sei jetzt anders geworden. Und Professoren seien irgendwie zur Jagd freigegeben. Das ist falsch. Das ist nicht so. So erlebe ich das an meiner Universität nicht. Und in den Lehrveranstaltungen können Professoren kritisiert werden. Sie werden auch kritisiert. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das muss auch so sein, weil es in der Wissenschaft eben keinen Konsens gibt. Wissenschaft ist das Gegenteil von Konsens. Da wird man herausgefordert. Aber das geht nur, indem man Argumente plausibilisiert. Und das sollen Studenten lernen. Und dabei lernen das eben, da lernen das eben Professoren auch. Professoren selbst lernen auch, sich selbst in Frage zu stellen. Wir haben das hier auch eine Stunde lang versucht. Es ist uns mehr oder weniger gut gelungen, würde ich sagen, in der Zwischenzeit nicht. Meine Damen und Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hanger Sieg. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020